Wobei ich da nochmal kurz einhaken möchte, also dass es für die Mentee wahrscheinlich vielleicht noch schwieriger ist, das sehe ich gerne. Speziell auf Coach-Ebene würde ich schon argumentieren, dass das im Werkzeugkoffer drinnen sein muss, zu erkennen und das auch entsprechend dann zu handeln, diese Situation, dass wenn man erkennt, okay, aus welchen Gründen auch immer, da passt die Arbeitsbeziehung nicht oder da entsteht nicht das, was es braucht, um erfolgreich arbeiten zu können, das dann einfach erstens zu erkennen und zweitens auch so zu behandeln, dass das einer Lösung zugeführt wird. Also das würde ich schon in der Verantwortung dann vom Coach sehen, der ja im Schnitt einfach mehr Erfahrung hat auf dieser Ecke und ja, dass das ein wichtiger Punkt ist, das auch dann entsprechend halt zu beenden in Wahrheit oder vielleicht den anderen zu empfehlen oder vielleicht zu sagen und eben auch, wie man das dann halt natürlich handelt. damit nicht sozusagen überbleibt, dass jetzt wer Schuld daran hat oder ähnliche Dinge, die dann vielleicht manchmal halt dann überbleiben oder so. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, des Beziehungsmanagements. Auch da nicht, 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 also sich vor falsche Sorge oder so, das einfach liegen zu lassen und dann aus Scham oft zum Beispiel das schlecht halt zu handhaben, ne? Vielen Dank. Vielen Dank.